Ah! 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 Freude zu nehmen macht wohlige wenige Mistreis. Du kannst aber auch einfach davon laufen! Also wenn die mich nicht sehen, ich weiß auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es weiter with Happy Few. Eigentlich habe ich, wenn ich ehrlich zu euch sein soll, keinen Bock mehr auf dieses Game. Weil hin und wieder da sind Momente dabei, die schaffe ich einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich die schaffen soll, ohne dass ich da jetzt mal YouTube-Videos gucke, wie es funktioniert. Aber weil ich ja nicht so bin, bin wir trotzdem weiter aufstehen. Das haben wir alle schon in der letzten Folge gesehen. Ähm, ich bin irgendwie gestorben. Weil ich hätte mich an die Rand schleichen sollen. Und das wusste ich vorher nicht. Jetzt werde ich mich ein bisschen besser umziehen. Ja. Nicht zu schlagen. Kann ich einfach rauf. Ich gehe jetzt einfach raus. Vielleicht nasche ich vorher noch was, weil... Oh, ich habe 8 Punkte. Ich glaube, ich sollte hier mal aufrüsten. Weil immer nur die Tarnung aufzurüsten. Ich wollte eigentlich was essen. Wo ist denn mein Inventar? Ja. Äh... Ich habe nichts zu essen. Ich habe auch sehr schlechte Waffen. Genial. Das fängt ja schon gut an heute. Ja. 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 Wannst du, äh? Putscher? Csadler. Da. Es ist Arthur. Percival. Wann ineresht. Wann ist irgendwas? Wann ist dieser? Wannst du, aber ich glaube, ist das nicht. Ich dachte. Ich bin Arthur. Das habe ich beim ersten Mal schon nicht verstanden, was mir der eigentlich damit sagen will. Und es war der selbe Typ. Na gut. So, ich muss nämlich hier einbrechen später. Oh nein. Ich leide an Entzug, deswegen werde ich mich jetzt mal verstecken, bis der Entzug vorbei ist. Ich hasse dieses Game. So, jetzt warte ich noch, bis der vorbei ist. Ich weiß nicht, ob man mir das dann trotzdem ankennt. Ich habe das mit der Choice nie verstanden. Das sage ich ganz ehrlich. So, ich will mit dir reden. Und auf den Typen hier hinten müssen wir aufpassen. Ich habe das Wort an Entzug, wenn ich einen Begriff überführt. Also, ich bin sehr stolz. So, Dr. Faraday ist dort aufgewacht? Oh, ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt, das schon ein Begriff. Ich habe das zwei Begriff, wenn du einen Begriff überfangen hast. Wenn du einen Begriff hat. Der bleibt aber dann extrem lange da drüben. Dann geht er wieder da lang. Okay, er umrundet also nur das Hauptding. Und ich muss nämlich genau da nach hinten. Weil hier ist A, hier ist B bis D und hier ist wahrscheinlich F. Also würde ich sagen, ich komme ja von dieser Seite rein. Würde ich sagen, ich verstecke mich hier, gehe darüber, verfolge ihn, während er darüber geht und stelle ihn dann kalt. Das ist mein Plan. Ich schaffe das nicht. Mein Herz klopft, als würde es gleich rausspringen. Oh mein Gott. Ich weiß, wo E bis J ist. Aber er dreht sich dann nochmal um. Ja, hier dreht er sich nämlich nochmal um. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich will das nicht machen. Kann man das nicht irgendwie überspringen? Dreht er sich da auch nochmal um? Nee. Wie soll man das denn schaffen? Zahra. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Er bleibt hier stehen. Das ist viel zu risky. Das ist viel zufrieden. Derjenige. 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 Nimm das! Nimm die Schaufel und heil dich nochmal bitte! Stimmt doch endlich! Das war wahrscheinlich nicht der Plan der Sache. Weiß ich nicht. Irgendwann muss ich noch einen geben. Ich bin noch bei... Ja! Oh! Ich sollte mich einfach immer umdrehen. Ah! Ob ich da jetzt so einfach rauskomme? Ich sollte mich vielleicht vorher mal heilen. Dreckiger Verband. Ich kann nicht mal einen Heilbeißer machen. Aber ich habe noch einen. Okay. Oh mein Gott! Ich zitte! Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen! Ich war es nicht! Oh mein Gott! Ich werde speichern. Ja. Ich muss Pillen nehmen. Da vorne. Sonst irgendeins fällt es glaube ich auf, wenn ich keine mehr hab. Ich will nie noch mehr kämpfen! Oh mein Gott! Es ist alles so schön, wenn es so bunt und rosa und keine Ahnung was alles ist. Geh da einfach rein! Es ist ja kein unerlaubtes Betreten. Es ist doch einfach nur eine Abkürzung. Wohin auch immer. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hasse dieses Spiel! Kann ich da durch? Ne. Also wenn mehr so Momente kommen, wo ich sowas machen muss, dann beende ich das Spiel. Weil das ist ja insane! Das ist ja fürchterlich, das Game. Hier rein! Nee, hier war ich schon mal. Nee, hier war ich schon mal. Bist du das? Ich quatsch einfach mal mit dir. Nein! Sorry! Sorry, dearie! Please don't tell anyone! I promise I'll stop crying! I'll take my joy! I promise! Don't worry. I will keep your secret. I miss them. I miss them so. I miss them too. You used to grow lilies. Lillies? I thought you meant the... lilies? I overwatered them last year. Killed them. And I can't find fresh bulbs anywhere. We used to grow them together. Violet and I. Before her husband got so jealous. I've one of the last proper vegetable gardens in all of Hamlin. But no one will trade me lily bulbs. Well, you never know. Maybe some will turn up. Would you like some tea? Thanks, but... I must be going. Poor thing. She does miss her lilies. And I think her... Friend too. Maybe I can make some sort of ointment to put... Wait a minute. There's a lily patch in the garden district isn't there? On Ludd's Hole. I can't do it. I can't do it. I can't do it. Oh no. I can't do it. Oh vale. You there. You're out. Ahhhh. Nooon. nooon. I'm putting a stop to this right now. Nooon. Remove. Just reduce. Oh, nooon. Nooon. Freude zu nehmen macht wohl weniger Misstrauisch, du kannst aber auch einfach davonlaufen. Also wenn die mich nicht sehen, ich weiß auch nicht. Ich trau mich nicht raus. Ja, ich weiß, ich bin schon dabei. Komm und gleich die doppelte Dosis. Was passiert in dieser Folge denn alles? Ich bekomme jetzt sicher eine Überdosis, oder? Habe ich jetzt eine Überdosis? Aha. Es ist alles so schön. Was ich noch nicht verstanden habe, ist der Rahmen um das Joy, also um das Zeichen. Ist hier der Nachtclub? Nein. Kann ich mit dir quatschen? Nein. Ich bin nicht Harry. Oh mein Gott. Heute gibt es so viel zu laufen und keine Ahnung was alles. Wo ist jetzt dieser Nachtclub? Hier ist eine Mülltonne, wenn ich nochmal laufen muss. Ach ja, da war er da drüben. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Ich hoffe, ihr hat euch gefühlt. Ich hoffe, ihr habt euch gefühlt. Ich bin mir 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 gefühlt. Irgendwo hier muss es doch sein. Auf jeden Fall ist meine Freude gleich wieder weg. Wenn ich finde das jetzt oder... Sind die denn alle so nervös wegen mir? Ich bleibe jetzt einfach sitzen, weil meine Freude ist gleich weg. Und dann bin ich wieder im Down und dann merken die mich wieder. Ich speichere aber noch kurz. Nee, ich kann nicht speichern. Aber wenn ich sitze, bemerken sie mich nicht. Ich lasse es kurz ablaufen. Okay, es ist... Was tue ich jetzt? Ich komme da nicht durch. Okay. 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 Gut, dann nehme ich jetzt noch Choice und versuche durchzuhalten bis 21 Uhr Wieso nimmst du eigentlich immer Erdbeer? Aber die geht so schnell runter! Was machen wir jetzt bis 21 Uhr? Kann ich die Zeit nicht irgendwie verstreichen lassen? Oh, das war praktisch. Ich könnte ja währenddessen hier runter gehen. Stellen wir hier unten den Strom aus. Dann machen wir zuerst die Quiz. Und ich glaube, ich habe auch wieder neue Fähigkeitspunkte. Ja, drei. Okay. Oh leh! Ich gehe doch wieder rauf. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Mach auf! Steht doch jemand. Ich würde generell sagen, wir sehen uns das in der nächsten Folge an. Ich mache die kurz weg, damit ich speichern kann. Ne, ich kann nicht speichern, wenn ich sitze. Ich würde sagen, wir sehen uns das auch in der nächsten Folge an. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ein Abo würde ich mir auch sehr, sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020